Einen Match könnte ich noch machen, vielleicht fliege ich auch diesmal nicht raus. Es ist... Also ich kann sonst auch einen Platz freimachen, dann spielt er zu viert. Nee, passt schon. Er ist doch jetzt noch da. Er hat doch gesagt, einen Match macht er noch. Also nimm das doch einfach an. Mensch, Lumpy. Ja, war ja nur ein Angebot. Wenn das nicht klappt. Solange ich wieder nicht rausfliege. Müder Schwengel. Schwengel müde. Schwengel will nicht mehr arbeiten. Bist du müde oder was? Ich bin einfach durch die letzten Tage ein bisschen gestresst. Ich hab irgendwie... Jetzt haben wir Mittwoch und hab irgendwie schon 20 Stunden gestreamt. Ist doch gut. Nee, das ist nicht gut. Will das Game mich verrischen? Das Passwort ist Brohome. Ja, das weiß ich. Möchte ich es dir gerne nochmal... Ich kann es dir auch gerne noch sagen. Es ist auch richtig eingegeben. Jetzt muss ich mich einfach mehr anstrengen. Na, na, na. Nö. Ja, bitte. Das ist das Problem, weil ich schon so lange kein Multiplayer mehr gespielt habe. Du wirst alt. Das ist das Problem. Du hast keine Reaktion mehr. Na, jetzt. Na, wir müssen es ein paar Mal probieren. Wie mag er bei mir in die so wirklich? Es ist echt strange. Ich bin jetzt reingekommen, zum Beispiel. Gleiche Teams, oder? Wir können natürlich auch durchmixen. Ja, dann geht ihr eine rauchen. Das werden wir noch überleben. Ich komme erst mal eben schnell ins Spiel rein. Keine Werbung für Zigaretten, bitte. Nee, da hat der Puff recht. Rauchen ist ganz schlecht. Ja, rauchen ist schlecht. Fangt damit gar nicht erst an. Nee, weil wenn ihr einmal dran seid, dann könnt ihr nämlich euch da ganz schlecht von lösen. Kostet teuer, Geld. Richtig, klebt euch keine Zigaretten an die Stirn. Gleich wieder da. Ja. Ja. Mit Reflekt und Reaktion war es nicht damals bei dem wundervollen Mittagstv-Programm von RTL. Da hat doch irgendjemand mit Reflexe das vertauscht mit irgendwas anderem. Ja, ich nehme mal Kello. Hä? Du bist gerade Team 1. Ich finde, die Einordnung ist jetzt schon ganz gut. Und ich finde, das Nassbars Lumpi wird dann 2. Ja, dann müssen wir ja mal mit Marsch spielen. Ja, so ist das halt. Leben ist kein Wunschkonzert. Dann darf jetzt auch das Gegnerteam dann mal verliehen, sollte ich wieder rausfliegen. 1, 2, 3. Besser als Pascal. Nicht. Ja, die O-Tone-Sharp, die O-Tone-Sharp, da war es lange drin damals. Und der mit dem Stein. Können Sie die Steine mal klingen lassen? Glück. Das geht mit denen gar nicht. Das sind die falschen Steine. Also Teamverteilung sieht schon gut aus. Team 1, 2, dreimal die 1 und 6. Wir können natürlich auch jeder gegen jeden machen. Das ist halt totale Abfuck dann. Oder Steine singen lassen. Ah. Warum ist so still? Es ist doch nur einer rauchen gegangen. Ich bin noch da. Wir warten alle drauf, dass er wiederkommt und wir die Teams machen können. Ach so, Nachbarslumpi bestimmt die Teams. Okay. Richtig, einer sagt, ich gehe rauchen. Ach Gott, hat irgendeiner gefragt. Jetzt kann ich mal eben kurz ein Seil ab beziehungsweise ein Ei legen. Wenn schon einer weg ist. Willkommen zurück. Mir wurde gesagt, du machst die Teams. Ich? Ach nee, Kello war das jetzt. Aber Kello hat nicht gedacht, dass er rauchen geht. Nö, ich war nur kurz weg und habe mir Essen reingeschoben. Wie eine Schlange. Ja, einfach so. Man geht ja nicht kurz weg und schiebst dir Essen rein. Da stelle ich mir immer Leute vor, dass sie sich hinsetzen vor den Kühlschrank und nehmen halt so eine harte Festsalami, 30 Zentimeter, und schieben die wie eine Schlange bei den Drachen runter. Nein, ich habe mir Kamenbär in den Ofen geschoben. Ach so. Und dann denkst du, dass die Schlacht jetzt so schnell geht, dass du den Kamenbär da gleich rausholen kannst. Ich denke, dass ich in 14 Minuten kurz aufstehen kann, den Ofen ausmachen kann, mich wieder hinsetzen kann, die Schlacht machen kann, dann mein Essen holen kann, dann noch eine Schlacht schlagen, während ich esse. Total dekadent, ey. Mit dem Kamenbär vor dem Rechner sitzen und Multiplayer spielen. Ja. So soll ich es auch. Man muss ja irgendwann essen. Ja, das ist richtig. Jetzt sind alle Team 1, außer Dan's. Wer ist jetzt überhaupt mit wem? Ich war ja gerade nicht da. Ich würde sagen, dass 1, 2 und 3 Teams 1 sind, die ich gerade schon als Platz zugeteilt habe, und 5, 4 und 6 würden einfach Team 2 sein. Ist das nicht dann das gleiche Team wie gerade eben? Nein, das stimmt nicht. Wir haben einen Austausch gemacht. Ja, hast du mich ausgetauscht? Nein, du bist noch in meinem Team. Wir haben Kello jetzt und die bekommen Dan's. Weil das ist ja auch fair, falls Dan's nochmal rausfliegt, gewinnen wir dann. Oder wir sind einfach so scheiße und verlieren dann trotzdem. Also Dan's ist bei mir an zweiter Stelle, aber okay. Ja, das ist gut. Ich habe ja die Zuweisung gemacht, ihr könnt ja am Platz sehen. Wer jetzt auf der rechten Seite der Karte ist, darf Team 2 sein. Wer auf der linken Seite der Karte ist nach seinem Platz, darf Team 1 sein. Das ist schon auch richtig. Alle sind im richtigen Team. Verwirr sich nicht noch mehr. Und die Einstellungen sind glaube ich noch genauso wie vorhin. Sieht auf jeden Fall gut aus und wir können einfach starten. Bereit machen, Leute. Nichts drücken. Bereit machen und nichts drücken, wenn das lädt. Genau. Ja, das bringt das Spiel zum Abschließen. Bei mir war es so, ich habe den Screen angeklickt und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Geht schon mal gut aus? Ja, ich habe auch schon Sound von In-Game. Also von normal. Wer wechselt uns dann jetzt? Ui, ui, ui. Ui, was ist jetzt so los? Äh, Nebel. Boah. Richtig, das ist eine Nebelkarte. Habt ihr gut erkannt. Genau, Ressourcen drin. Äh, ja, es gibt auch, äh, Ressourcen. Ach lo, ich habe vergessen, die Fraktion zu wechseln. Ressourcen lockt. Stolz von die Gara. Und wer spielt ja eigentlich die Homeworld 2-Fraktion? Homeworld 1 ist viel cooler. Copy. Hä, das große Mutterschiff ist oder das große Mutterschiff ist die Homeworld 1-Fraktion? Ähm, das, äh, Mutterschiff der Homeworld 1-Fraktion ist das mit dem, ähm, mit dem Griff drin. Das heißt, nur mit dem Schiff. Dieses große, komische, langgezogene Ding. Ja, sind beide langgezogen, aber stolz von, äh, ja, ja, ist der zweite Teil. Äh, wollt ihr nicht wieder in euren... Confirmed. Wen darf ich verschieben? Ach, ich habe vergessen, wer im Team ist. Ne, ich weiß, dass Kello und Marv bei mir ist und das reicht ja, der Rest kann weg. Wir sind gerade nicht so viele Ressourcen wie auf der letzten Karte, ne? Doch, guck mal genauer hin. Du hast ja gerade am Schiff welche, äh, in den Abwinkeln sind was und ganz unten rechts an den Seiten und in der Mitte es sind sogar mehr Ressourcen als auf der letzten Karte. Theoretisch. Ich schicke mal vielleicht gleich welche in die Mitte. Ich, ich mach gerade jetzt voll Rohstoffpumpen. Ich mach jetzt direkt ein... Dings, wie die anderen Rohstoffe absammeln. Ja, Puf, schick vielleicht das Trägerschiff nochmal in die Mitte und dann können wir da vielleicht eine Base aufbauen. Äh, ich wollte mein Trägerschiff es eigentlich hier stehen lassen und ähm... Ich kann meins in die Mitte stellen. Eben für... Also ich kann es schon mal ein bisschen in die Richtung schieben. Ja, mach du mal. Aber das soll ja hier vorne stehen bleiben. Das Mutterschiff schicke ich nämlich zurück hinten in die Ecke, wo die andere Ressourcen sind. Oh. Aber ja, ich kann auch mit in die Mitte kommen. Richtig, mein Mutterschiff ist das aus dem ersten Teil. Das weiß ich nämlich, weil ich das Jager-Mutterschiff nämlich auch hier als Modell habe. Weil ich einfach nur ein ganz... Also aus dem zweiten? Nee. Du hast im ersten Teil auch schon das... Das Halbbund-Mutterschiff. Ich glaub, du vertust dich da. Du hast den zweiten Teil nicht mehr zu Ende gestpielt. Ich hab die letzten drei Missionen, aber du bist aus dem zweiten. Du bist aus dem zweiten Teil. Nein, du bist aus dem zweiten Teil. Ach. Guck dir mal... Ich hab die normalen Bergungskontorrenten. Und du hast solche Dummkopfetten, wenn ich brauch, die nutzlos sind. Dummes nutzlos. Und du brauchst einen Raum-Dock später, um deine schweren Kölzer zu machen. Ja, ja. Das ist auch auf dem ersten Teil. Roger. Nein. Die Bergungskontorrenten. Normalerweise war es damals so, dass das an der Seite des Schiffes rausfährt. Dass dann das so rausgeht. Ja, genau. Das ist der erste Teil. Und dann wird das da rausgeschoben. Das ist der erste Teil. Und das hab ich. Und Proof und Marvin. Nee, Marvin ist sogar... Nee, ihr habt doch auch an der Seite was. Richtig. Nee, da ist ein anderes als Sieg. Ich hab' ein anderes als Sieg. Nee, ich hab' ein anderes als Sieg. Ich hab' keine Ahnung, was... Du hast das zweite... Du hast das zweite Teil. Nein, ich hab das erste. Nein, du hast das zweite Teil. Nein, der hat sich auch viel moderner aus. Nein, euer ans ist moderner. Seht euch doch mal an. Ja, deins sieht von den, ähm... Okay. Ach so, scheiße. Ja, ich glaub... Also, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, welches das erste ist und was das zweite. Obwohl, okay, es kann... Deins ist das erste, weil es hässlich ist. Aber es kann noch am lila stimmen. Also liegen. Nein. Guck mal, woran ich das erkenne, ist es, dass ich... Die Bergungskontorrenten bauen kann. Der Schatz sagt, ihr seid alle aus dem zweiten Teil. Nein, das stimmt auch wieder nicht. Shad lügt. Ähm... Hier die Bergungskorvetten. Ja, ist gut. Du bist aus dem ersten Teil, wir sind aus dem zweiten Teil. Baut ihr was Schiff? Ich mach gerade voll auf Ressourcen. Richtig. Wir, äh... Federn ab, dass du keine Schiffe baust. Äh... Das ist ne Lüge. Ich bin auch auf Ressourcen. Ich bin auch auf Ressourcen. Aber wir haben ja eh... Erstmal wird der eh nicht angegriffen. Also alles cool. Da vorne kannst du schon angreifen. Ja. Ich komme nach vorne, sobald meine Mobilrefinerie fertig ist. Confirmed. Roger. Standing by. Moving to destination. Course set confirmed. Mobile Refinery complete. Wollen wir das Trägerschiff auch Ressourcen aufnehmen? Ja. Jetzt werden schon links geschickt von den unterschiedlichen, äh... Mutterschiffen. Egal, Homeward 3 sieht einfach geil aus. So, fällig. Ja, das stimmt. Aber ihr seid ja... Bei deinem Namen steht ja stolz von hier ja. Ich bin ja auch stolz auf mein Schiff. Und meins ist einfach nur Mutterschiff. Also bin ich nicht. Haha. Produktion underway. Produktion underway. Produktion, zwei, drei, einfach nicht spielen. Das kacke ist. Confirmed. Oh, ich kann mein Mutterschiff erstören. Reporting. Coordinates confirmed. Course set. Destination locked in. Reporting. Resource collector complete. Assemble underway. Standing by. Reporting. En route. Copy. Acknowledged. Moving to destination. Resource is locked in. Confirmed. Copy. Understood. Resource collector complete. Resource collector complete. Resource collector, awaiting orders. Standing by. Collection confirmed. Mothership. Mothership underway. Mothership underway. Roger. Mothership. Mothership. Roger. Confirmed. Das ist das normale Rohstoff-Sammelschiff, nur von der Level 1, Teil 1 Fraktion. 2,29 Euro, geht's noch billiger? Äh, nein. Vor allem sind da Homeworld 1 und 2 als Remastered drin, plus die Kampagnen-Geschichte und ich finde, das ist, also niedriger kannst du da, glaube ich, nicht mehr wegkommen mit Remastered. New Research available. Mothership Advanced Research Module complete. Ready. Mothership. Mothership underway. Scheiß war besser, das Forschungsmittel dauert ewig. Production underway. Confirmed. Mothership. Production underway. Der Teil war nie was, meins. Ich glaube, es hat immer so gefeilt, dass man im ersten Teil einfach... Hilfe! Oh, Hilfe, was ist los? Ich habe aussehen, wenn ich etwas Falsches gedrückt. Ey, nicht blöd. Er bewegt sich ja nicht. Er bewegt sich ja nicht. Also, lass mich raus. Resource Collector complete. Gun Platform complete. New Upgrades available. Mothership Frigate Facility complete. New Frigates available for construction. Assembly underway. Assembly underway. Gun platform complete. Resource collector complete. Assembly underway. Mothership. Production underway. Oh, da sind schon welche. Ready. Oh. Resources locked in. Oh, kann man ein Picken noch machen? Also, es wird wohl X, soll das wohl sein, aber es stimmt nicht. Ready. Ready. Ich gehe da hin mit meinem Bombern. Platform preparing for transport. Confirmed. Resource collector complete. Platform preparing for transport. Standing by. Reporting. Platform moving out. Copy. Ready. Platform preparing for transport. Confirmed. Platform moving out. Reporting. Construction underway. Assembly underway. Assembly underway. Resource collector complete. Carrier Frigate Facility complete. Carrier Frigate Facility complete. There comes Bomber. In the middle. Gun platform complete. Mhm. They come, but not because I have a gun platform here. Confirmed. New upgrades available. Mothership capital ship facility complete. New capital ships available for construction. Platform preparing for transport. Supporting. Gun platform complete. Noll. Moving up. Noll. We're done. Production underway. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Tja, das hast du davon, dass du die Level 1 Dinger benutzt Probe complete Und ist kaputt Probe away Oh shit, ich wollte die Probe gar nicht da hinschicken, so, aber egal Probe deployed Probe dispatched Ressource collector complete Müsste man sich eigentlich aufteilen? Macht Bomber, Jäger und so? Irgendjemand macht Schluss Müsste man sich eigentlich oder sollte man jetzt wirklich? Ja, sollte man Irgendjemand macht Fregatten und ich mach Fregatten wahrscheinlich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, mach, du machst Bomber und so Production underway Okay Abfang Jäger und Bomber Ich hab jetzt auch schon Träger und Fregatten überbaut, egal Unidentified, Probe detected Ressource collector complete Ach, ich kann doch die Forschung Die sind doch zusammen Ah Probe in Position Ja, dann baller ich Forschung jetzt erstmal Assembly underway Assembly underway Assembly underway Roger Standing by Platform moving out Roger Surveillance data available On our way Ich glaub, ich hab auch wieder ein paar Sachen auf Oh, das ist ein bisschen Ja Gut Copy Meine Schiffe ein bisschen weg da hinten Oh ja, okay Earths are clear Ressource collector awaiting orders Ion Cannon Platform complete Shipyard has arrived Mothership Ah Ach so, warte mal Ah, der hat immer mit dem Asteroiden geklemmt, deswegen kann man nicht rauskommen Ion Cannon Platform complete Dann muss ich auch Trägerschiffe am besten bauen Für meine Dings, für meine Bomber Und Jäger würde ich auch empfehlen Ja Produktion underway Produktion Woah Ich bin nicht so, dass ich select sieht Ion Cannon Platform complete Ich bin nicht in Garnix Berths are clear Berths are clear, ready New Upgrades available Carrier Corvette Facility complete New Corvettes available for construction Ion Cannon Platform complete On route Probe dispatched Oh, da ist ein Vagia Flachschiff und Raumdok haben sie auch schon gebaut Nachbar Slumpi da hinten Nachbar Slumpi ist voll gut Naja, der ist, äh Der weiß, was er tut, glaube ich Ion Cannon Platform complete Er hat schon ein großes Schlachtschiff Hat er schon? Ne, ne, der hat die Raumwerft aber gebaut dafür Ressource collector complete Ich hab jetzt auch die Raumwerft Ion Cannon Frigate complete Research complete Research complete New Upgrades available Ready Copy Roger Standing by Resources downrange Resource collector complete Research complete New Utility class ships Available for construction Construction underway Construction underway Construction underway Construction underway Shipyard Capital Ship Facility complete New Capital ships Available for construction Ion Cannon Frigate Complete Probe in position Assembly underway Upgrade complete Ressource collector complete Save I could probably need something Upgrade complete Correction underway Ion Cannon Frigate Ion Cannon Frigate Production underway Is going to be enough of the Torpedo frigate Wir sind am Busch. Was ist da hinten? Ja, ich komme mit meinen Schiffen. Ich habe nichts. Nix. Also ich kann mit Ionenfregatten kommen. Das sind viele Däne. Mothership. Ich habe keine Abfangjäger, du musst Abfangjäger. Das ist die Kaffenschläge. Erst mit! Jetzt. Ist der Kaffenschläge her. Nometen. Resortation fertig. Mothership. Resources locked in. Collection confirmed. Confirmed. Assembly underway. Assembly underway. Earths are clear. Resource collector complete. Ready. Platform moving out. Roger. Standing by. Standing by. Stabs report. Platform preparing for transport. Reporting. We've got a situation here. Platform preparing for transport. Standing by. Platform moving out. Confirmed. Platform preparing for transport. Resource collector complete. Torpedo frigate complete. Birds are clear. We're going to have a walk. Balladour cruise. Please? We're going to have a walk. Roger. Group one designated. Order confirmed. On route. Yeah a bit. Ready. Research complete. New Corvettes. So yeah, keine... 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 So yeah, keine denken, dass ich mir das hier leisten kann. Puh. So ein Flagschiff steht hier eigentlich komplett alleine. Du meinst von äh... Nachbars Lumpi? Ja. Hey, der Rex. Das Trägerschiff steht da vorne. Da hinten sind aber ein paar Äionen-Fregatten und alles. Confirmed. Torpedo frigate complete. Mothership. Confirmed. Ion Cannon platform complete. Ready. En route. Standing by. Destination locked in. New heading set. Copy. Ion Cannon platform complete. Standing by. Torpedo frigate. Complete. En route. Ion Cannon platform complete. Copy. Bursts are clear. Also mein Schlachtkreuzer ist fertig. Upgrade complete. Underway. So weit. Meine riesenflotte an Jägerndes ist auch fertig. Report reporting. Bin eigentlich jemand, wo das anhängen sein. Mothership. Was? Wir haben den falschen genommen? Als Unterstützung? Mumpi nehmen sollen. Ja. Mumpi macht hier die... Macht hier den Druck. Confirmed. Torpedo frigate complete. Ich wusste es. Spät. Construction underway. Assembly underway. Earths are clear. Reporting. Ich mach zu wenig glaube ich Ressourcen. Confirmed. Ich muss mehr Dings bauen. Platform moving out. Copy. Ja, sie haben ein bisschen... Leider ein bisschen mehr Ressourcen geschnuppt. Sind sich diese mittleren geschnuppt. Ne, mittleren. Wir sind auf dem mittleren. Ja, aber die äußeren mittleren haben sie beiden erwischt. Die beiden. Deswegen haben sie eine Ressource mehr als wir. Wir haben aber die Mütze, die am meisten... Ich wäre da nicht hundertprozentig sicher. Gunplatform complete. So. Proximity sensor complete. Gruppe 2 geht in die Mitte zu Pascal. Upgrade complete. Gunplatform complete. Production underway. Gruppe 1 reporting. Battlecruiser Fire Control Tower complete. Wie viele Spiele sind dabei? Richtig keiner. Wir sind alle Bots. Gruppe 1 reinglagt. Ich rede auch nur... Ich rede mit KIs im Discord. Das ist ganz neu. Für Leute, die keine Freunde haben. Gunplatform complete. Richtig, perfekt für mich. Destination locked in. Die sind aber manchmal ganz schön aufmürpflig, die KIs. Proximity sensor complete. Upgrade complete. Confirmed. Vor allem diese... Diese Mav-KI. Die macht mich fettig, ey. Proximity sensor complete. Gunplatform complete. Ich würde zu diesem Flaggschiff springen, aber ich habe noch nicht genug. Upgrade complete. Upsala. Boah, wie viele Geschützplattformen hast du gebaut? Genug. Ja. Aber die bringen halt nicht so viel. Es ist halt nur, ähm... Gruppe 1, so... Ready. Es sieht halt nur gut aus. Move order confirmed. Copy. Es gibt ein Einheitenlimit, das ist richtig. Das kannst du links oben sehen. Ja, ich habe voll Jäger Einheitenlimit. Battlecruiser complete. Construction underway. Ion cannon frigate complete. Roger. Platform moving out. Copy. Platform moving out. Copy. Reporting. Platform preparing for transport. Reporting. Platform preparing for transport. Platform preparing for transport. Confirmed. Platform moving out. Die nichts tun. Er wartet darauf, dass er die Mitte erobern kann, glaube ich. Es ist erstmal eine Bomberflotte vorbei. Confirmed. So, das ist für deine Sachen, die Gleiterfragatten bauen. Ion cannon frigate. Kannst du, ähm, die heilen, die wir bauen, oder? Weißt du, weißt du, ähm, die Gleiterfragatten? Weißt du, ähm, die Gleiterfragatten? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die bei dir heißen. Eißen anders so, kann sein. Copy. Moving to destination. Reporting. Ready. Destination locked in. Birth sir clear. Construction underway. Moving to destination. Also, ich habe zwei Schlachtschiffe. Ich baue gerade Zerstörer. Mothership. Mothership. Ion cannon frigate. Complete. So, wir wollen mal einen richtig assi Move machen. Guten Abend, TK. Dass ich einfach hinter, äh, die Weigeflaggschiffe springe mit den Schlachtschiffen. Und das einfach zerstöre. Ja, mach mal. Von Lumpy. Ja, mach. Weil das ist richtig assi. Mach, egal. Nö, das ist einfach nur schlau. Zack, wirklich. Und ich würde da Millionen Sachen auch mitnehmen, ne? Ja, ja, Moment. Oh, da hat er gerade drei Schlöre. Dringeschiff. Äh, die Zerstörer von Lumpy ziehen nach Norden rüber. Und? Nach links, da ist das Flaggschiff von Rex auch drin. Sie sind mit ihren Flaggschiffen direkt nach vorne gegangen damals. Naja, da. Zwei Schlachtschiffe. Assembly underway. Assembly underway. Group 1 copy. Move order confirmed. Copy. Group 1 reinforced. Destination locked in. Roger. Der Zerstörer kommt jetzt von mir. Reporting. Oh shit. Ich habe meinen Zerstörer aus Versehen gestartet. Merk. Schickt vielleicht dahinter die Ionen. Group 1 copies. Moving to destination. Battlecruiser fire control tower complete. Da habe ich irgendwas falsch gedrückt jetzt vorhin. Ich würde sagen, Marv, hast du ein Trägerschiff, was du hinschicken kannst mit Bombern drin? Wo? Komm mal einfach hier rüber, Marv. Wo? Da, wo gekämpft wird. Wo so ein Schlachtschiff stirbt. Copy. Mine Layer Corvette complete. Confirmed. Hyperspace coordinates locked in. Ich stecke einfach das zweite auch direkt hinten. Was soll ich machen, aber? Du kannst mit deinen Ionen-Schiffen aufspringen, ne? Ionen-Frikaden. Ja, aber nur, wenn ich in der Nähe bin von der anderen. Exit coordinates confirmed. Engaging. Acknowledged. Group 1, standing by. Oder das ganze Feld springen, Hypersprung. Moving to intercept. Copy. Oder? Ne, ich habe für dich keinen Hypersprung. Attack coordinates locked in. Ready. Acknowledged. Ready. Oh, das koffert auch. Martin entered a dust cloud. They're off our sensors. Target confirmed. Battlecruiser taken hit. Attack vector laid in. Battlecruiser complete. Oh, das Flaggschiff ist vielleicht tot. Ja, das erste. Lumpy ist abgehauen. Du hättest auf seinen Antrieb, hätte es gehen sollen. Copy. Es tut mir sehr leid, aber du kannst, äh, ich glaube gar kein genaues Anziehen machen. Da ist es doch ein Messer. Siehst du, wo das ist? Ja, ich weiß, du kannst ja Subsysteme angreifen, aber... Neben seinem, ähm, weiß, würde ich gerne... Investrägerchef für Lupi auseinander. Ja, ich werde angegriffen. Ja, ich spring mit dem Zerstörer ein Stück zurück. Das macht ja vorne keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Am Nebel. Oh, mein Gott. Combat-Manüber confirmed. Ich spring gerade. Complete. Moving while engaging. Exist-Koordinates confirmed. Ah, das Zerstörer kann gar nicht springen. Confirmed. Bounty received. Location set. Dropping my... Doch, du musst das Hyper-Modul aber auch erst einbauen. Stay calm. Stand by. Group 1, under attack. Reporting. Under that trailer, I see you. Group 1, reports enemy contact. Bounty received. Group 1, standing by. Combat-Manüber confirmed. En route. Copy. En route. Ach, scheiße. Group 1, under attack. Destination locked in. Resources locked in. Moving into formation. Confirmed. Ion Cannon frigate. Das ist einfach scheiße, wa? Warum bin ich einfach scheiße? Ich habe mich einfach verklickt. Upgrade complete. Standing by. Mothership. Mine Layer Corvette complete. Standing by. Bounty received. Green Line confirmed. Group 1, copy. Course set. Group 1, reports enemy contact. Okay, das ist sicher. Barrier-Flat-Modulity, under attack. Target confirmed. Bounty received. Wenn der in meine geschütztürme reinfiegt, halten wir es ohne Probleme. Bounty received. Ach so, du meinst bei dir die Ecke. Bounty received. Hm. Attack-Cordinette locked in. Copy. Mine Layer Corvette, under attack. Moving while engaging. Torpedo frigate complete. Bounty received. Loopy, die Fallgesäu. App geflogen. Es war schon eine richtige Entscheidung. Bounty received. Ja, versuch ich mir echt mal hier anzugreifen. Weil er wird gerade ein bisschen zerstören mit den ganzen Schützen von dir. Ja, es hätte auch funktioniert, wenn ich, äh, die ja nicht so viel Scheiße gebaut hätte. Bounty received. Bounty received. Ey, Mark, du solltest da deine Jäger nicht hinschicken. Group 1. Und du solltest da ein Trägerschiff ein bisschen weiter... Das Minfeld in die Mitte schicken, aber jetzt kommt was von hinten. Production underway. Bounty received. Production underway. Group 1 copies. Light fire confirmed. Moving while engaging. I'm also engaged. Da sind zwei Zerstörer, die kommen. Bounty received. Die kommen von hinten, was geil. Ja, die kommen, die kommen von hinten und von vorne. Mein Gott, du bringst ja auch noch Leute mit. Battlecruiser complete. Fertig, komm. Aber ein Zerstörer unten ist jetzt gleich zerstört. Du musst immer noch ein Jump-Modul einbauen. Hint ihr das Zerstörer-Dings, oder was? Weil die wahrscheinlich in der Nähe waren von dem. Also jetzt müssen wir alles in die Mitte. Also sie sind da einfach am Nerven. Ich muss jetzt gerade auch einfach geistig mal aufgeben. Also ich habe hier keine Kontrolle mehr über meine Türme und alles. Weißt du, was er da hat? Der hat ein Anti-Spring-System. Er kann nicht in seine Nähe springen. So, ich habe zwei Zerstörer zerstört übrigens. Hätten Luppe, die ich mich spielen lassen sollen. Frigate lost. Der sucht, der spüre ich wahrscheinlich. Sei doch nicht so. Ja, der spielt die ganze Zeit dieselbe Taktik. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich wieder rausgeflogen bin. Das ist halt irgendwas Generelles bei mir. Ja, aber trotzdem, Luppe, ich mache das einfach alleine. Jetzt sei doch nicht so direkt, ey. Was bist du und was ist deine Kampfmoral? Der hat er nicht. Ne, hat der auch nicht. Der Zerstörer ist noch in der Mitte. Ich habe mehrere Zerstörer zerstört. Vom Feind. Wo sind eure? Wo sind eure Schiffe? Meine Zerstörer kommen gerade angesprochen, die Lammschiffchen. Ich höre kurz, dass wir uns weggespüren. Ich würde dich schon mal bedanken, dass der abseht ihr mich schon mal. Ich wünsche dir eine wundervolle und gute Nacht. Richtig. Ja, zieh deinen Zerstörer mal weiter. Die kommen gerade. Ich sehe das. Ich sehe auch, wie sie sich anhalten. Danke. Der geht mir nicht die ganze Zeit an die Torpedo-Fregatten an, damit ich eben deine Schiffe nicht abschieße. Frigate lost. Torpedo-Frigate unter attack. Standing by. Moving to intercept. Hyperspace-Koordinates locked in. Acknowledged. Ich war auch gerade ganz der Torpedo-Fregatten. Standing by. Frigate lost. Repair is initiated. No problem. No problem. Reporting. Upgrade complete. Confirm lost. Destination locked in. We're drawing heavy fire. Frigate lost. Bauten, machine. Copy. This is looking good. Stay tight. Resource collector under attack. Acknowledged. Combat maneuver confirmed. Lass dich ruhig immer ein bisschen zurückfallen. Battlecruiser complete. Acknowledged. Ich habe auch keine Wursung mehr. Warum? Was ist mit dir passiert? Meine eine Stelle wurde angegriffen von Rex und ich bin jetzt hinten bei Marv und da sind keine Ressourcen mehr. Assemble underway. Assemble underway. Ready. Und das andere wurde ich in der Mitte zustört. Bauten, received. Acknowledged. Resource collector taking enemy fire. Battlecruiser under attack. Standing by. Du kannst übrigens was angreifen und zurückfliegen gleichzeitig. Nur so zur Info. Bauten, received. Moving while engaging. Ion Cannon Frigate. Complete. Roger. Bauten, received. Getting banged around here. Roger. Destination locked in. Mothership. Bauten, received. Diese ganze Scherz-Varion-Korvetten, ne? Production underway. Flak Frigate complete. Production underway. Ready. Copy. Understood. Repair target locked in. Bauten, received. Acknowledged. Torpedo Frigate. Under attack. Ready. Roger. Moving to destination. Bauten, received. Loot, jetzt habe ich meine Torpedo fliegert. Die Macht am nächsten. Die Klinge. Initiating hyperspace jump. Ready. Combat maneuver confirmed. Repair is initiated. Bauten, received. Understood. Let's be calm. Reporting. Understood. Acknowledged. Ne, ist das Capital Ship. Ach ne, das war deins. Komm mit deinem Zerstörer mal ein Stück zurück. Bauten, received. All breach. All breach. Frigate lost. Acknowledged. Komm mal lieber hinter meine Schlachtkreuzer. Die halten ein bisschen mehr aus. Bauten, received. Standing by. Battlecruiser under attack. Torpedo Frigate complete. Attacking Capital Ship. Standing by. Resource Collector under attack. Capital Ship locked in. Confirmed. Moving while engaging. Bauten, received. Ready. Moving while engaging. Lock all weapons on target. Confirmed. Resources downrange. Ready. Bauten, received. Mama mia, des Menschen. Standing by. Bauten, received. Bauten, received. Flak Frigate complete. Torpedo Frigate complete. Voll geil von Homeworld, wach. Alles ist geil. Du liebst Homeworld, ne? Homeworld ist äh, Bombe. Homexplatic. Line confirmed. Roger. Moving to destination. Bauten, received. Births are clear. Births are clear. Births are clear. Motherf**k. Du kannst natürlich auch Pulsar, ähm, Fregatten wollen, sind auch gegen andere Fregatten gut. Bauten, received. Pulsar, Helia. Stoning by. Engineering reports damaged. Frigate lost. New heading set. Copy. Move order confirmed. Bauten, received. Resource Collector taking enemy fire. Moving while engaging. Torpedo Frigate complete. Hyperspace coordinates locked in. Mothership. Bauten, received. Confirmed. Ja, das war mit dem Destroyer. Capital Ship locked in. Ich gehe auf den Ende. Attack in Capital Ship. Ich gehe auf den Ende. Bauten, received. Ja, ich habe mich mit einem Schlachtschiff zurückgezogen. Subsystem attack confirmed. Meine Flotte habe ich nicht gerettet, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Standing by. Resource Collector under attack. Acknowledged. Battle Cruiser complete. Roger. Getting banged around here. Mounted, received. Copy. Collection confirmed. Supporting friendly units. Ready. Ready. Ich sehe die Sachen gar nicht. Entweder Bauten, gerade wie so. Der wird wahrscheinlich wieder aufbauen. Standing by. Aber von dem Filister stört schon. Copy. Confirmed. Course set. Acknowledged. Copy. Coordinates confirmed. Confirmed. Pulsar Gunship squadron complete. Mounted, received. Repairs initiated. Standing by. Ion Cannon frigate heavily damaged. Stabilizers offline. Moving to destination. Frigate lost. Course set. Roger. New heading set. Conf avenue were confirmed. Reporting. Da kommen gerade übrigens noch mehr Schiffe. Reporting. Attack coordinates locked in. Ja, aber nur kleine. Mounted, received. Reste. Acknowledged. Torpedo frigate. Completed. Lock all weapons on target. We meant tighten it up. Copy. Mounted, received. Die drei Torpedo frigate kommen gerade auch an. Und einen Jugendschiss. Mein Schlachtkreuz ist jetzt ready. Copy. Ready. Ja, ich habe zwei Schlachtkreuzer im Moment auf Reparatur hinten. Confirmed. Pulsar Gunship squadron complete. Roger. Attack coordinates locked in. Die Hauptquelle ist erstmal weg. Confirmed. Combat maneuver confirmed. Mounted, received. Wie krass gemacht. Du hast Flachdäure-Fregatten hier, nur ganz viele hinten. Pro-Proof weißt du, ne? Ja, ja, ich baue... Die sind... Die war... Lass sie erstmal da. Move order confirmed. Also ich lass sie erstmal da. Ganz cool. Äh, mein Schlachtkreuzer kommt jetzt. Ready. Ich hoffe, der hat einen Judensprung. Ja, hat der. Acknowledged. Roger. Pulsar Gunship squadron complete. Mounted received. Standing by. Copy. Attack complete. Awaiting further orders. Wir müssen jetzt aufpassen, die werden jetzt wahrscheinlich umbauen auf Bomber. Copy. Mhm, da sind baue ich jetzt ganz viele Angriffsdings. Nee, du brauchst dafür, die Flach sind gegen Jäger und gegen Bomber. Die Flach... Die Flachfregatten, okay. Ihr habt noch 10... Pulsar Gunship squadron complete. New Utility-class ships available for construction. Ready. Der Schlachtkreuzer kommt auch bald schon. Ich weiß nicht, ob wir die Flachfregatten mit rein gehen sollen. Pulsar Gunship squadron complete. Combat maneuvers confirmed. Greenline confirmed. Group one designated. Upgrade complete. Moment. Wir haben da nur zwei schwere Kreuzer und ein paar Barionen-Korvetten. Also das wird kein Problem sein. Okay, dann rein da. Unidentified probe detected. Group two designated. On our way. Roger. Reporting. Strike group coordinates locked in. Group three designated. Strike group moving into position. Dann würde ich sagen, als nächstes da hinten, da bei... Unroute. Bei Rex. Move order confirmed. Kaputt machen. Pulsar Gunship squadron complete. Battlecruiser complete. Production underway. Upgrade complete. Production underway. Production underway. Bounty received. Group one. Roger that trailer, I see you. Acknowledged. Greenline confirmed. Group two copies. Group one under attack. Group two reporting. Target confirmed. Confirmed. Bounty received. Lock all weapons on target. Lock all weapons on target. Roger. Resource collector lost. Roger. Bounty received. Engaging. Confirmed. Battlecruiser engines under attack. Roger. Docking with battlecruisers. Bounty received. Pulsar Gunship squadron complete. Pascal, kommt was dickes. Ja, 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 Moment. Mothership Corvette facility complete. Ich hab schon meinen Schlachtkreuzer schon drauf gesetzt. Start order confirmed. Du meinst von oben der Schlachtkreuzer. Ja. Ich fokussiere den Schlachtkreuzer. Ich auch mit meinem Schlachtdings. Der Rest mit dem Varian. Mein Kreuzer mit dem Varian. Das sind alle meine Torpedo-Frigatten auch. Nee, mein Torpedo-Frigatten auch. Frigate lost. Roger. Fendley is under fire. Moving in. Capital ship locked in. Reporting. Bounty received. Group one reporting. Group two reporting. Group one copies. Ich hab ein paar Puls-Heli jetzt als Deckung für unsere Zerstörer drin. Und jeder Zerstörer kriegt jetzt so... Ich geb deinem auch eins meiner Flaggschiffe ab. Du kannst ein Guard-Befehl geben, dann sind die mit dem verbankt und dann fliegen die dem hinterher. Das geht auch bei verbündeten Schiffen. Dann wirst du erstmal geschützt gegen Bunker. Bunker. Ach, Bunker sei schon hier. Bomber. Group one. Group three under attack. So, meine. Strike group reports hostile contact. Fünf. Torpedo, die ankommen. Und mein Schlachtfahrzeug ist auch, denkt mein Zweiter. Bounty received. On our way. Äh, dann baue ich jetzt mit dem einen. Stand by. Repair order confirmed. Confirmed. Äh, was war's nun mal? Da, hier, die nahe hängen. Torpedo Frigate. Weiter. Geradeaus. Die ziehen nichts zurück mit ihren Trägerschiffen. Moving to destination. Pulsar Gunship Squad. Sie fürchten sich! Roger. Move order confirmed. Confirmed. Repairs initiated. Standing by. Mounting received. On route. Reporting. Moving to destination. Coordination confirmed. Roger. Repair order confirmed. Roger. On route. Construction underway. Roger. Ich bin gegen einer. Also zum Beispiel OP. Weil ich kann nur über Motterschiff bauen. Kannst du nur Motterschiff bauen? Ja. Und über natürlich Trägerschiffe. Weil ich kann da keine Schlachtschiffe unterbauen. Du kannst keine Schlachtschiffe bauen. Nur weil meine Motterschiffe. Group 1. Report enemy contact. Das sind die schweren Kreuzer. Mounting received. Pulsar Gunship Squadron complete. Group 1 standing by. Group 1 reporting. Friendlies under fire. Moving in. Target destroyed. Target destroyed. Bleibt cool. Meine Puls, äh, Laser-Korvetten nehmen das eigentlich alles auseinander. Group 1 copy. Subsystem target destroyed. Der Raketenzerstörer ist auch erledigt. Directly receiving fire. Moving while engaging. Engage capital ship. Also wenn Kello will, kann er in der Mitte das Zeug jetzt holen. Torpedo frigate complete. Group 1 reporting. Schlachtcoronava. Ich hab meinen Einheiten damit erreichbar Schlacht- Schlachtkreuzer. Battlecruiser Hyperspace Module complete. Copy. Supporting friendly units. Earths are clear. Wie kann man eigentlich rückwärtschen? Was wollen wir bei euch? Nee, du machst einfach einen Angriff nach vorne und dann gibst ein Befehl nach hinten. Dann drehen die sich meistens nicht um und kämpfen halt direkt nach hinten. Na okay, meine Pulsar, äh, sind alle erledigt. Ich hab neue gebaut, aber die kommen nicht so zu. Group 2 reporting. Resource collector complete. Acknowledged breach in starboard fusion chamber. Frigate lost. Mountie received. Resource collector awaiting instructions. Reporting. Reporting. Lumpi hat sich versteckt im Nebel beschönlich. Resources locked in. Standing by. Mountie received. Mothership. Production underway. Confirmed. Eigentlich keine Ordnungsschiffe. Mountie received. Resource collector complete. Ordnungsschiffe. Battlecruiser Hyperspace Module... Nein, ich bin rausgetabt! Production underway. Warum bist du, Banane? Oh, ich suche mich aus. Ich suche mich aus. Ich suche mich aus. Group 1 reporting. Group 1. Das ist F*** dich gegen die Ordnungsschiffe. Frigate lost. Das ist doch alles klar. Offensive! Tretet ihn in den Arsch! Lock all weapons on target. Battlecruiser fire control tower complete. Ah, jetzt kann gleich auch mein... ...Schlachtschiff dazugehören. Group 1. Ich bin nicht hier drauf. Mothership sensors array complete. No enemy. Ich gehe reisen. Group 1. Group 1. Bounty received. Group 1 copies. Ah, meiner ist tankiger als euer. Ja, weil deins aus dem ersten Teil kommt, wir wissen's. Group 1 under attack. Alles, aber ihr macht mehr Damage. Group 1 reports enemy contact. Group 1 reports enemy contact. Group 1. Roger. Group 1 reporting. Ja, das kann nicht sein. Doom ist aus dem zweiten, das ist genau andersrum. Ich sag's dir. Der will wegfliegen mit seinem Ding. Group 1. Weiß warum? Weil die eben Nehme drin hocken. Weil ich eben die Kampagne gestartet hab und genau meins hatte ich eben auch. Group 1. Bounty received. Zwei Detail gestartet. Na, ich hab den ersten gestartet, ich hab's genau gesehen. Ich hab den ersten gestartet, ich hab's genau gesehen. Group 1. Bounty received. Das hast du nämlich gesehen. Group 1. Assembly underway. Earths are clear. Earths are clear. Assembly underway. Assembly underway. Oh, los Tropido Frigat. Bounty received. Frigate lost. Upgrade complete. Group 1. Group 1 reporting. Proximity sensor complete. Standing by. En route. Group 1 standing by. Bounty received. Acknowledged. Ready. Das ist mir auch klick zu sagen, als ich... Guard order confirmed. Ich geh auf die Junggeschichte begatten. Dann sind die Dattd-Motionsschutzländer. Moving while engaging. Attack vector laid in. Bounty received. Ready. Flats Frigate. Concrete. Mobile refinery destroyed. Ja, ja, mit Angloschiffen. Aber ich hab ja genug hinten stehen. Ich hab ja genug hinten stehen. Schlagkreuzer stehen, Alter. Proximity sensor complete. Standing by. Moving while engaging. Intercept course punched in. Torpedo Fregatten und alles. Copy confirmed. Bounty received. Proximity sensor complete. Standing by. Standing by. Understood. Repair target locked in. Copy. Bounty received. Combat maneuver confirmed. Stunning by. Proximity sensor complete. Combat maneuver confirmed. Acknowledged. Moving while engaging. Reporting. Confirmed. Combat maneuver confirmed. Target entered a dust cloud. There are all strong sensors. So, ihr könnt da auch einfach in die Mitte ziehen. Roger. Ich hab ja auch noch Flaggfregatten hier stehen. We've got a situation here. Reporting. Copy. Group one. Bounty received. Standing by. Proximity sensor complete. Ready. Oh, man sieht sogar alles bei diesem Mord und Schiff. Bounty received. Wollower confirmed. Proximity sensor complete. Proximity sensor complete. Yeah, ich seh alles. Wollower confirmed. Frigate lost. Wollower confirmed. Wollower confirmed. Group one standing by. Group one. What's our damage? Frigate lost. Wollower confirmed. Proximity sensor complete. What is that? This blitz? Wollower confirmed. Exiting Hyperspect. Confirmed. Torpedo frigate complete. Core set. Move order confirmed. Acknowledged. Proximity-Sensor complete. Green Line confirmed. Ready. Oh, das gewittert. Ich glaube, sie geben auf. Reporting. Resources locked in. Naja, ihr habt sie schon zündlich vernichtet. Ich kann mich da leider nicht reinziehen. Group 1 copies. Ready. Engage, Capital Ship. Aber sie versuchen immer noch zu fliehen. Bounty received. Group 1 reporting. Reporting acknowledged. Attack clearance received. Nein. Lumpy ist über den Trägerchiff reingesprochen. Ja. Lumpy will einfach, dass es schnell vorbei geht. Confirmed. Subsystem target acquired. Standing by. Torpedo frigate complete. Flux ship. Ready. Standing by. No problem. This is a cakewalk. Ach, 6500 für einen Sprung. Kann man sich mal leisten. Nur damit Lumpy der Kitt aus der Brille fällt. Oh, ich bin auch noch da. Ready. Wieso ist gerade nach vorne gesprungen? Mit dem Zerstörer. Ich schweig freund sein. Huiiii. Bobby. Green Line confirmed. GD, habt ihr gut gemacht. Torpedo frigate complete. Gruppe ist dein Verdienst. Gruppe 1. Gruppe 1. Ich wurde schnell von meinen Ressourcen gequennt. Ich wurde schnell von meinen Ressourcen gequennt. Gruppe 1. Assigned. Are you ready? Der Rex ist zerstört. Aber rate, wer noch lebt. Ja, Lumpy ist noch an der rechten Seite. Der hat noch Schiffe. Aber jetzt ist natürlich... Jetzt können wir natürlich sagen, wenn du Rohstoffe hast, gewinnst du. Ja, was willst du auch machen gegen sechs Schlachter? Außer du hast selbst sechs Schlachter und taktierst dann noch richtig. Schlachter sind halt echt krass, Schlachtkreuzer. Na ja, es kommt halt drauf an. Es gibt auch Schiffe, die gegen Schlachtkreuzer gut sind. Ich muss jetzt selbst gucken. Die Frickzerstörer, stark gegen Fregatten und Schlachtschiffe. Der hat irgendein Bauteil, dass man nicht zu seinem Schiff springen kann. Wo ist er denn? Ah, ihre Flotte hat gesiegt. Bauen insgesamt, Diplomatie insgesamt, was auch immer Diplomatie bedeutet. Ja, auch keine Ahnung. Nach Mav hat mehr Schiffe gebaut. Dafür habe ich mehr zerstört. Habt ihr uns besiegt. Das hört sich aber nicht sehr motiviert an. Hat doch. Hat doch Spaß gemacht. Lumpy, ja vom Wegen, du spielst das Spiel. Ey, Gefühl, spielst du das jeden Tag, das Spiel. Lumpy weiß schon, was er macht. Auf einmal kreuzt er ein Trängerschiff auf. Oh, schade, dass du nur so viele Kreuzer hinten noch stehen hattest. Sonst wäre da eine Ressourcenproduktion weg gewesen, Blut. Die Ressourcenproduktion. Ich habe da im Nebel alles Mögliche noch stehen gehabt. Ja, ja. Ich dachte, ich versuche es einfach mal. So als Verzweiflungsakt dann noch irgendwie vielleicht die Ressourcen zu kappen. Das ist eigentlich die richtige Taktik, ja. Dann nochmal hinter den anderen zu springen, wenn es möglich ist. Ja, aber ein Träger alleine gewinnt nicht den Krieg. Und ich muss auch sagen, ich komme mit den Higaranern besser klar als mit den Weiger. Also ich hatte ja eben zufällige Zuweisungen der Fraktionen und ich spiele normalerweise nur Higaraner. Und die Weiger spielen sich ja komplett anders. Ja, die haben ja auch andere Ausrichtungen der Schiffe. Ja, was mir halt massiv aufgefallen ist, was für mich echt ein Problem war, dass die Trägerschiffe nur eine Anlage zur Produktion haben können. Und die von den Higaranern, die können mehrere haben. Meine Taktik, mit den Jägern aufzuräumen und den Bombern, hat auch nicht geklappt. Weil Lopi, du hast echt viele Anti-Jägerschiffe gehabt. Ja, ich weiß. Und die sind halt direkt weggefickt worden. Das hat ja dann irgendwann mal keine Flotte mehr gefühlt gehabt. Und da habe ich mich auf Kreuzer umgestiegen. Ja, die Kreuzer waren der Genickbruch dann letztendlich. Ja, die Nachkreuzer. Warum ist Xarton im Wartereich-Event? Wahrscheinlich, weil er mitspielen will. Ja, ich bin aber raus, mir reicht. Willst du mitspielen, Xarton? Ja, ich bin gerade noch am Downloaden. Also wie gesagt, wenn jemand Bock hat, es ist kein so großer Download. Wir werden jetzt noch eine Runde spielen. Wir werden auch jetzt mal eben kurz warten und einen kurzen Break machen, damit sich alle nochmal sammeln können. Nach dieser... Ja, du kannst dein... Es ist dein Kamenware, ey. Setz ihn dir auf die Stirn. Und lass ihn in deinen Mund laufen. Und dann kommen wir gleich wieder. Also der Stream bleibt ja an. Ja. Aber ich muss auch mal auf Toilette. Ich habe ja diesmal bemüht, nicht wie alter Mann zu spielen, sondern wie Poof, der mal Multiplayer-Spiele konnte. Ist der Chat tot? Keiner schreibt mehr. Alle eingeschlafen. Also genau von dir, Poof, kamen die ersten Schlachtkreuzer. Das ist korrekt. Da kam meine. Und ich habe es auch ausgereizt. Also ich habe auch das Maximum von Schlachtkreuzern gebaut. Ich bin am Ende dann auf Torpedo-Fregatten plus Schlachtkreuzer gegangen. Da ging das eigentlich. Die haben da gut Damage gemacht zum Glück. Ah, sehr schön. Nicht so laut, da wird mir ja wach. Poof, wenn du nochmal Bock auf sowas mit Raumschiffen hast, hast du hier Sins of the Solar Empire. Ich weiß, aber bei Sins of the Solar Empire, ich fand das nie super balanciert für Multiplayer. Ich weiß, es wurde sehr gerne in Multiplayer gespielt. Es ist auch total ein geiles Spiel, bin ich bei dir. Auch weil der zweite Teil auch jetzt kommt. Und ich freue mich auch darauf. Und das werde ich bestimmt auch zocken. Aber man muss halt einfach mal gucken. Also was ich bei Sins halt so geil finde, es gibt da so viele. Mods für, die wirklich das Spiel komplett verändern. So richtige Total Conversions mit Star Wars, mit Star Trek. Homeworld gibt es glaube ich auch. Halo gibt es eine Mod für. Ja, für Homeworld gab es ja vor Remastered auch noch viele Mods. Also du kannst, also es wurde auch im Chat schon geschrieben. Ich kenne den Komplex-Mod übrigens. Den haben wir uns damals auf CD gegenseitig mitgebracht immer. Auf CD? Auf CD gebrannt. Richtig, weil damals war noch dann, ne? Keiner hatte gute Internetleitung. Da hast du den Komplex-Mod. Die hat auf CD gebrannt und hast den anderen mitgebracht. Einer hat das mal runtergeladen. Und der Komplex-Mod ist halt wirklich, der macht Homeworlds von einem ganz anderen Spiel. Aber natürlich wollte ich jetzt nicht jeden overhaulen, vor allem mich selbst. Deshalb spielen wir einfach die Vanilla-Version, weil Komplex-Mod ist halt nochmal was ganz anderes. Ja, vor allem ich finde die Vanilla-Version, die ist schon ziemlich gut gebalanced eigentlich. War die auch schon immer. Also das ist halt wirklich, finde ich, bei Homeworlds sehr ordentlich. So, ich mache jetzt kurz einen Aufnahme-Break und, also Stream bleibt an, aber ich gehe jetzt pinkeln. Und wer vielleicht noch mitspielen will, jetzt will Xaton ja noch mitspielen, dann sind wir theoretisch wieder sechs, aber Naspars Lumpi will ja gehen, also wäre wieder ein Platz frei. Also dann jeder gegen jeden.